Hallo und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Heute habe ich ein super 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 cooles Video für euch, denn heute gehe ich zum Müller und mache ein Müller Haul. Ja, ich werde diesmal auch 20 Euro benutzen, um dort einkaufen zu gehen, obwohl ich denke, das wird ein bisschen schwieriger, da Müller mehr Optionen hat, nicht nur Schmink oder so, sondern auch für die Schule Sachen und viel mehr. Ja, deswegen muss ich da auch aufpassen, dass ich nicht über die 20 Euro gehe. Und dann denke ich mal, ohne weiter zu reden, werden wir mal starten. Und gerade komme ich rein und schaut mal, was ich hier sehe. Ich gebe hier gleich noch am Eingang meine 20 Euro aus. Diese Ringe sind auch richtig schön. Oh, Spielzeuge und Kuscheltitel finde ich auch richtig süß. Schaut mal, hier sind auch noch Concealer. Mal sehen, welche neuen es hier so gibt. Den nehme ich. Das hier darf nicht fehlen. Schaut mal. Ich suche auch neue Textmarker. Also schaut mal die hier. Die Farben sind echt schön. Patronen für die Schule dürfen auch nicht fehlen. Früher liebte ich diese Topmodel-Abteilung. Schaut euch mal, was hier es alles gibt. Ich möchte mir den Anhänger nehmen, aber welches? Was findet ihr am schönsten? Ich glaube, ich entscheide den Panda. Der ist ganz süß. Sternzeichenketten. Schaut mal, auch Löwe, mein Sternzeichen. Ich glaube, ich nehme das auch. Diese Gummis. Ich muss immer, immer wieder neue kaufen. Also nehme ich die mal mit. So, ich bin vom Müller zurückgekommen. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich gekauft habe. So, als erstes habe ich mir ein paar Textmarker besorgt. Denn ich brauche die so für mein Büchchen. So, einfach so zu malen, zum zeichnen. Und die hier haben 2,39 Euro gekostet. Ich glaube, das sind sehr schöne Farben. Hier so perfekt. Hier sieht man auch, wie die Marke aussehen. Also ganz passend, genau wie ich sie wollte. Und für einen sehr guten Preis. Also, die kann ich auch weiter empfehlen. So, dann habe ich auch noch für meine kleine Schwester Emilie was besorgt. Und zwar ein Topmodel-Schlüsselanhänger. Das Speziale an diesem Anhänger ist, dass es leuchten kann. Hier so, du drückst hier und dann leuchtet es. Ich finde es voll cool. Diese Topmodel-Abteilung, die finde ich super. Also, die habe ich mit 8, 9 Jahren sehr geliebt und wollte immer alles mitnehmen von dieser Abteilung. Und ich finde sie auch jetzt noch ziemlich süß. Aber da kaufe ich eher Sachen für meine kleine Schwester Emilie. Ich konnte das einfach nicht aushalten. Ich musste das besorgen. Das hier hat 3,95 Euro gekostet. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Ähm, dann habe ich mir auch noch für Skincare so eine Maske geholt. Aber nicht nur irgendeine Maske, denn die ist schön pink und hat Glitzer. Also, ich liebe diese, die glitzern. Keine Ahnung, die sehen einfach so schön aus. Dann muss ich sie mir besorgen. Ähm, die hier hat 1,69 Euro gekostet und ist hier von Selfie Project. Also, ja, die werde ich dann auch noch ausprobieren. Ähm, dann habe ich mir auch noch was für die Schule besorgt. Denn, ja, da gibt es ja auch viele Sachen für die Schule. Dann habe ich es mir einfach mal besorgt. Und zwar, ähm, Patronen von Pelikan. Ich benutze normalerweise nur mein iPad, aber für Tests und so. Dann brauche ich doch noch meinen Füller. Und wenn die Patronen leer gehen, dann muss ich halt trotzdem noch eine neue Packung besorgen. Ähm, die hier hat 1,25 Euro gekostet. Also, ganz normal der Preis. So, dann habe ich mir auch noch einen weiteren Concealer besorgt. Denn meine sind leer gegangen. Komplett leer. Ähm, der hier von Essence. Hier sieht es so aus. Wieder anders. Ich liebe es, neue auszuprobieren. Ich probiere bei Make-Up immer gerne was Neues aus. Ähm, die hier ist Skin Lovin'. Und der hier hat 2,75 Euro gekostet. Ich glaube, der Preis war ziemlich in Ordnung. Und ja, es bringt auch ganz schön viel mit. Kann man schon sehen. Also, das wird schon für eine Weile reichen. So, dann habe ich mir noch eine Kette gekauft. Aber nicht irgendeine Kette. Sondern diese Kette, ähm, hat mein Sternzeichen. Und zwar Löwe. Und dann stehen hier sogar Fakten drauf. Zum Beispiel, äh, da steht jetzt zum Beispiel Motto. Und ich bin, ich weiß jetzt nicht, was genau damit gemeint ist. Aber das steht so da. Dann Planet, welchem Planet ich sozusagen gehöre. Und in dem Fall steht hier Sonne. Ähm, mein Element ist Feuer. Von diesen 4 Elementen, äh, Erde, Luft, Wasser und Feuer. Und ja, dann bin ich Feuer. Meine Farbe soll anscheinend Gold sein. Und die Zahl 9. Also, ja, das sind so die Fakten. Und die fand ich super schön. Die musste ich einfach kaufen. Die hier hat aber, ähm, 6 Euro, 29 gekostet. Die gibt es hier für alle Sternzeichen. Für Stier, Wassermann, alles möglich. Und ja, die werde ich dann auch gleich mal aufmachen. Wow, das ist richtig schön. Okay, hier habe ich die Größe eingestellt. Mal sehen. Wow, das ist richtig schön. Hier kann man es auch noch anpassen. Okay, hier ist es. Es ist super schön. Kann man schön einstellen. Man kann es auch richtig kurz haben. Aber es sieht sehr schön aus. Und ich glaube, das kann man mit allem anziehen. Aber jetzt werden wir auch noch mit den Einkäufen weitermachen. Ähm, und dann als letztes habe ich mir noch so ein paar Gummis besorgt. Und ich brauche immer Gummis, meine gehen verloren. Ich lege sie über Nacht auf einem Tisch. Und dann am nächsten Morgen gucke ich genau dahin. Und es ist weg von Magie. Und ich habe sie nie wieder gesehen. Also von daher, ich kaufe mir jede 5 Minuten neue Sachen von denen. Ähm, die hier heißen Solida Zopfbänden. Und die haben 2,99 Euro gekostet. Dafür bringen sie aber auch ganz schön viele Milch. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und zwar in verschiedenen Farben. Immer zwei von der gleichen Farbe. Und, ja, Armbänder. Also für Zöpfe, zum Zöpfe machen kann man immer natürlich empfehlen. Und, ja. Das war es auch alles, was ich gekauft habe. Insgesamt hat alles 21,31 Euro gekostet. Aber, was ich euch noch auch empfehlen kann, es gibt eine Müller-App. Und sobald man sie zum ersten Mal aktiviert, bekommt man 5 Euro Gutschein. Und die habe ich dann heute benutzt. Und deswegen hat es 16,31 Euro gekostet. Diese 5 Euro Gutscheine sind auch unter anderem auch mit Müller-Blüten zu verstehen. Ja, also ich kann euch die App empfehlen. Denn die ersten 5 Euro bekommt ihr dann. Und, ja, das ist sehr gut. Und, ja, das war es auch alles, was ich gekauft habe. Ich hoffe, euch hat diesen Müller-Haul gefallen. Müller-Life-Haul. Ja, und abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und außerdem ist es einfach und gratis. Und hier auf diesem Kanal macht es sehr viel Spaß. Und unterstützt dieses Video mit einem Like. Und dann sehen wir uns in einem weiteren Video. Tschüss. 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 Tschüss.